Die Schonfrist ist abgelaufen. Am gestrigen Freitagabend lief die erste Ausscheidungsrunde von Let's Dance. Während sich Gabriel Kelly, 22, aufgrund einer Wildcard aus der Vorwoche keine Sorgen machen musste, mussten alle anderen 13 Promis ihr ganzes Können zeigen. Am Ende hatte es jedoch für einen nicht gereicht. Die Rede ist von der Komikerin Maria Clara Groppler, 24, und ihrem Partner, Let's Dance Neuling, Mika Tatakin, 27. Die beiden legten einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett. Doch damit konnten sie die Jury um Joachim Jambi, 58, Motsi Mabuse, 41, sowie Jorge Gossales, 55, nicht vollends überzeugen. Diese Fransen, da musst du eigentlich kaum was machen, da bewegen die sich schon. Aber die waren erstarrt. Das war zu behäbig, kritisierte Jambi, der der 24-Jährigen lediglich zwei Punkte gab. Insgesamt kam die gebürtige Berlinerin auf 10 Punkte und damit auf drei mehr als Tillmann Schulz, 34, und Ann-Kathrin Bendixen, 24, die jeweils sieben Punkte ertanzten. Vor allem der Höhle der Löwen Starr bekam für seinen Tango vom Chef Juroren sein Fett weg. Für mich war es keine Emotion. Tango ist ein Männertanz. Da muss ein starker Kerl sein. Das war abgelaufen, abgegangen. Let's Dance. Zuschauer entscheiden über das Weiterkommen. Am Ende mussten also die Zuschauer entscheiden. Und dort setzten sich die bis dahin Letztplatzierten noch gegen Maria Clara Groppler durch. Damit ist der Traum vom Dancing Star 2024 für die Comedienne bereits nach der ersten Ausscheidungsrunde beendet. Für Irritationen sorgte zudem Moderatorin Viktoria Swarovski, 30, mit einem anzüglichen Spruch. Denn die Österreicherin hatte sich für ihren Kollegen Daniel Hartwig, 45, eine besondere Überraschung ausgedacht. Sie überreichte dem 45-Jährigen eine Karotte. Daniel nahm die Möhre irritiert entgegen und erntete dann noch einen anzüglichen Spruch der Österreicherin. Beiß mal rein! Du willst nicht wissen, was ich mit der Karotte schon alles gemacht habe. Und das wollte er auch nicht. Nein, das will ich wirklich nicht wissen.